Im Alpinresort Sacha Seefeld befindet sich die wahrscheinlich einzige Seebühne Tirols. Seit vier Jahren geht es hier mit Kultur bergauf. Es ist ja geboren in einer Zeit, wo nichts los war. Und es ist von größter Wichtigkeit, dass man auch mal miteinander redet und auch mal ein bisschen Freude hat. Und das ist nicht nur Schickimäcki, das ist einfach ein Zusammenkommen und hier entstehen so viele Ideen. Wobei ganz nebenbei auch eine liebgewonnene Tradition fortgesetzt wird. Ich war mit dem Helmut Lohner verheiratet und das waren alles Freunde von ihm. Und diese Freundschaft ist mir geblieben und ich muss sagen, ich genieße es auch, wenn sie kommen. Apropos genießen. Die Schlagobers nicht vergessen bitte, sonst seht's nicht. Fast so gut wie die von der Oma. Boah, das ist eine Kritik, meine Damen und Herren, mit der man leben kann. Natürlich müssen wir auf unserem Niveau, was wir normalerweise Vorstellungen machen und so, das müssen wir auch hier machen. Da ist keine Exception, da müssen wir schon gut sein. Aber es ist natürlich unter Freunden und das ist wunderbar. Werf ihn hinaus. Das ist keine Arbeit. Entschuldigung, schau doch herum. Ich meine, das ist Paradeis auf Erde hier. Es ist so wahnsinnig schön und die Gasfreundlichkeit. Wir essen gut, wir schlafen gut. Ja, wir singen ein bisschen. Ebenn, wir zusammenf crianzt. 45 seasons. Allianzu. Vielen Dank.